. . . . . . . Herzlich willkommen, liebe Eisenbahn-Romantik-Zuschauer. Heute sind wir im Osten Kanadas unterwegs und fahren von Montreal den St. Lorenz-Strom entlang. Dann schlagen wir einen großen Bogen Richtung Süden und fahren nach Halifax am Atlantik. Unterwegs sind wir mit dem Zug The Ocean. Es ist ein Zug, der schon über 100 Jahre alt ist und der älteste in Nordamerika, der einen Namen trägt. Wer es in Kanada auf den Geldschein geschafft hat, muss für das Land bedeutend sein. Die erste Eisenbahnlinie auf dem Gebiet Kanadas wurde 1836 eröffnet. Schon drei Jahrzehnte vor der eigentlichen Gründung des nordamerikanischen Bundesstaates. Wir stehen auf dem Mont Royal, 233 Meter über dem St. Lorenz-Strom. Der königliche Berg liegt mitten in Montreal. Er hat der kanadischen Metropole ihren Namen gegeben. Im alten Hafen von Montreal werden keine Güter mehr verladen. Längst hat er sich in ein Freizeitgelände verwandelt. Früher war die silberne Kuppel der alten Markthalle weit hin zu sehen. Sie wies den Seeleuten den Weg in den nahen Hafen. Vor der Basilika Notre-Dame de Montreal auf dem Place d'Armes steht das Messonneuve-Denkmal, benannt nach dem Gründer der Stadt. Auf Bronze Reliefs ist Montreals recht grausame Geschichte dargestellt. Der französische Offizier Paul Chamdé de Messonneuve und die Krankenschwester Jeanne Mons hatten 1642 auf der Insel im St. Lorenz-Strom eine katholische Missionsstation errichtet. Sie war sozusagen die Keimzelle Montreals. Wir sind im Südwesten von Montreal unterwegs und geniessen Straßenbahngeschichte. Bis 1959 war die letzte Straßenbahn in Montreal im Dienst. Deshalb ist ihre Nummer 1959. Noch heute fährt sie wunderbar. Wenn sie alle bequem sitzen, können wir übers Museumsgelände fahren. Auch an einem Regentag ist die Rundfahrt ein Vergnügen. Seit einem knappen Jahrhundert ist der alte Montrealer Straßenbahnwagen nun ja ein Jahr aus im Einsatz. 1966 begann in Montreal übrigens das U-Bahn-Zeitalter. Auch in der Rue Saint-Paul war früher die Straßenbahn unterwegs. Heute ist hier eine vielbesuchte Fußgängerzone mit Kneipen, Restaurants und Souvenirgeschäften. Vor Überraschungen ist man hier nicht sicher. Immer wieder rollen Güterzüge mitten durch das ehemalige Hafengelände, das mittlerweile von sechs Millionen Touristen jährlich besucht wird. Im Süden von Montreal liegt das Betriebswerk von Via Rail. Via Rail ist die staatliche Eisenbahngesellschaft Kanadas. Sie wurde 1977 gegründet und ist zuständig für den Personenverkehr im Land. Im Betriebswerk steht auch der Zug The Ocean, der für rund 24 Stunden unser Zuhause werden wird. Vor der Abreise muss er noch ein paar routinemäßige Untersuchungen über sich ergehen lassen. Im ersten Sektor wird die regelmäßige Wartung der Personenzüge durchgeführt, die im Quebec-Windsor-Korridor verkehren. Auch der Ocean wird hier gewartet. Daneben liegt der Bereich, in dem alle Waggons und Lokomotiven von Via Rail durchgecheckt werden. In unserem Speisewagen ist noch eine Störung am Schaltschrank zu beheben. Eine Kleinigkeit für das Wartungspersonal. Die Handgriffe sitzen. Am Ende des Zuges steht der Panoramawagen. Auch hier ist noch einiges zu tun. Schließlich sollen sich die Fahrgäste, hauptsächlich Touristen, wohlfühlen. Den Zug gibt es schon seit 1904, aber auf der Strecke zwischen Montreal und Halifax verkehrt er erst seit 1943. Letzte Anweisungen für die Passagiere, bevor sich The Ocean exakt um 18.55 Uhr in Bewegung setzen wird. An seiner Spitze eine vierachsige Maschine vom Typ EMD F40. Alles okay. Das sind Anweisungen, die unseren Zug für den Abschnitt von hier nach Moncton betreffen, zum Beispiel Geschwindigkeitsbeschränkungen. Ich mach das schon mein ganzes Leben lang, genau wie mein Vater und mein Großvater. Es ist einfach großartig, so durch das Land zu reisen. Und das wollen wir jetzt auch. Unsere Reiseroute durch den Osten Kanadas. Von Montreal aus fahren wir in nordöstlicher Richtung den St. Lorenz Strom entlang. Nach knapp 800 Kilometern verlassen wir die Provinz Quebec und es geht auf ganzer Länge durch New Brunswick. Schließlich landen wir in Halifax an der Atlantikküste der Provinz Nova Scotia. Eine kleine Fachsimpelei zwischen Fahrgastbetreuer Joe Peltzmann und Lokführer Colin G. Scott. Und schon ist unser Zug auf Strecke. Kaum ist er raus aus dem Tunnelbahnhof, genießen manche Fahrgäste im Panoramawagen bereits den Rundumblick. Die Strecke führt durch das alte Hafengelände. Und wir steuern gleich das Aussichtsdeck an. Na Mädels, möchtet ihr Wein, Bier, Rum oder Wodka? Small talk mit Joe. Und die Laune steigt. Einstimmung mit einem Gläschen Sekt. Natürlich nur für die Erwachsenen. Auf der Viktoriabrücke über den St. Lorenz-Strom hat man einen wunderbaren Blick auf die Skyline von Montreal. Bei ihrer Eröffnung am 25. August 1860 war sie mit drei Kilometern die längste Brücke der Welt. Gut 150 Jahre später ist die Viktoriabrücke immer noch ein faszinierendes Bauwerk. Selbst bei trübem Wetter. Eine der Bedingungen bei der Gründung Kanadas war der Bau einer Bahnlinie zwischen Quebec und Halifax an der Atlantikküste, um diese Region besser mit Nieder- und Oberkanada zu verbinden. Der Personenzug The Ocean Limited ist seit nunmehr 110 Jahren auf dieser Strecke unterwegs. Er ist der älteste Zug Kanadas, der einen Namen trägt. Viele sind schon mit ihm gereist und man kennt ihn überall in Kanada. Fast jeder kennt auch Expol Rail, das größte Eisenbahnmuseum Kanadas. Mitglieder der Canadian Railroad Historical Association haben es in Montreal aufgebaut. Die kanadischen Buben und Mädchen stehen wie gebannt vor den mächtigen Maschinen, die einst ihr riesiges Land erschlossen. Die Bahngesellschaft Canadian Pacific entstand 1881. Damals stellte man den Manager Cornelius van Horn ein. Er bat darum, dass man ihm einen privaten Eisenbahnwaggon baute. Damit fuhr er durch Kanada und kontrollierte den Bahnbau. Und er war auch vor Ort, als der letzte Nagel der Canadian Pacific am 7. November 1885 in Craiglecky, British Columbia, eingeschlagen wurde. Er hat eine bedeutende Rolle in der Eisenbahngeschichte Kanadas gespielt. Und bis heute ist diese Geschichte lebendig. Man staunt über den Komfort, mit dem sich der Bahnchef seinerzeit quer durch das Land fahren ließ. Am Spätnachmittag denkt das Zugpersonal schon ans Schlafen. Natürlich an das der Gäste. Das hier ist ein nicht belegtes Abteil. Deshalb kann ich Ihnen zeigen, wie es aussieht, wenn die Sitzplätze am Abend in Betten verwandelt werden. Und wenn zwei Personen reisen, wird das obere Bett aufgeklappt, mit einer Leiter für den Aufstieg. Vor 26 Jahren habe ich in einer Zeitungsanzeige gelesen, dass man Leute sucht, die Englisch und Französisch sprechen. Ich habe mich beworben und hier bin ich. Es macht Spaß. Es gefällt mir, so viele Menschen aus verschiedenen Regionen zu treffen, jeder mit anderen Bedürfnissen. Ich bemühe mich, dass sich jeder Fahrgast bei uns wohlfühlt. Die Ausstattung des Ocean und die wunderbare Landschaft, die er durchfährt, geben das ihrige zum Wohlfühlprogramm. Langsam bricht die Nacht herein. Wir nähern uns Quebec, der Hauptstadt der gleichnamigen Provinz, und halten ihm vor Ort Sand vor. Ein Busshuttle bringt uns ins Zentrum. In Quebec pulsiert das Leben, besonders Ende Juni. Am Johannistag begehen die Franco-Canadier ihren Nationalfeiertag. Die Menschen ziehen tanzend durch die Straßen, die ganze Stadt ist geschmückt, überall liegt Musik in der Luft. Quebec präsentiert sich als die französischste aller kanadischen Städte. Besonderes Wahrzeichen der Stadt am St. Lorenz-Strom ist das Hotel Frontenac, das 1893 im Auftrag der Canadian Pacific Railway gebaut wurde. Eine strahlende Trutzburg aus dem vorvorigen Jahrhundert. Quebec und der St. Lorenz-Strom. Zwei, die zusammenpassen. Schon immer konnten Hochseeschiffe den St. Lorenz-Strom befahren. Die Brücken, die seine Ufer verbinden, sind hoch genug. Beispielsweise die Pont du Quebec. Ihr Bauherr war einst die staatliche National Transcontinental Railway. Sie sollte der Bahnverbindung zwischen der Provinz Quebec und dem US-Bundesstaat Maine dienen. 15 Jahre haben die Bauarbeiten gedauert. Fast dreimal so lange wie geplant. Wegen fehlerhafter Berechnungen und Montagemängeln kam es zu zwei großen Unglücken während des Baus, mit insgesamt 88 Toten. 1907 stürzte der südliche Brückenteil binnen 15 Sekunden in den Strom. Neun Jahre später passierte das zweite Malheur. Die Mittelsektion brach ein. 1919 wurde die Brücke schließlich eröffnet. Die Spannweite zwischen den Pfeilern beträgt phänomenale 576 Meter. Die Bahn hat heutzutage viel an Bedeutung verloren. Hier steht nur noch ein Gleis zur Verfügung. Wer von den Fahrgästen früh aus den Federn kommt, hat auch den Genuss, den jungen Tag aus dem Domecar heraus begrüßen zu können. Hinter uns liegen gut 600 Kilometer, vor uns die erste Mahlzeit des Tages. Das Frühstück wird im Speisewagen eingenommen. Ein gut organisiertes Platzreservierungssystem sorgt dafür, dass es keine Wartezeiten gibt und jeder Gast seine Mahlzeit in Ruhe genießen kann. Die Grenze zwischen den Provinzen Quebec und New Brunswick bildet der Fluss Rastigouche. Hier kam es 1760 zur entscheidenden Schlacht zwischen Frankreich und England, die beide gern den Osten Kanadas in ihrem Besitz gehabt hätten. Die Briten gingen damals als Sieger hervor. Die Strecke des Zuges verläuft momentan nahe der Atlantikküste. Deshalb beschäftigen wir uns zwischendurch mit einer regionalen kulinarischen Köstlichkeit. Die Hummer, die hier Lobster heißen, kommen immer frisch auf den Tisch. Nachmittags kehren die Schiffe vom Fang zurück, dann wird die Ladung gelöscht und abends kann man sich daran satt essen. In einem kleinen Restaurant erhalten wir einen Schnellkurs im Hummerknacken. Wer Meerestiere nicht mag, sollte jetzt kurz die Augen schließen. Man nimmt den Hummer, bricht ihn so durch und nimmt das ganze Stück heraus. Genau, heben Sie das für später auf. Jetzt legen Sie Ihre rechte Hand dahin und brechen dieses Teil ab. Brechen Sie es gerade ab. Gut, jetzt ziehen Sie alles raus. Wenn Sie dieses Teil benutzen, können Sie das Hummerfleisch so herausholen. Paul hält es für eine Unsitte, den Hummer mit Besteck zu essen. Schließlich bringe der alle nötigen Werkzeuge selber mit. Ziehen, 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 gut so. Dieses Stück einfach zur Seite legen, nun können Sie das Fleisch herausholen. Im Süden von New Brunswick liegt Hillsborough. Als wir dort eintreffen, hat der Wettergott ziemlich schlechte Laune. Kein Problem, die meisten Schätze des dortigen Eisenbahnmuseums stehen unter Dach. In der Hauptsache sind es Relikte von kleineren Bahngesellschaften in der Provinz. James Arthur Close und ein paar Eisenbahnfreunde haben sie in jahrelanger Arbeit zusammengetragen. Ihr besonderes Interesse gilt der Entstehung der Neben- und Grubenbahnen in Hillsborough und im gesamten Distrikt von Albert County. Hier in Albert County gab es vier Gründe für den Bau einer Eisenbahn. Zum einen begann man Gips abzubauen, dann fand man das seltene Mineral Albertit und später kamen noch Öl und Holz hinzu. Deshalb kam die Eisenbahn nach Albert County. Dieser Herr hier war ein Manager der Bahn, bevor alles zur Canadian National kam. Wir haben hier auch eine Menge anderer Ausstellungsstücke. Das zum Beispiel ist eine Lohnliste. Die Angestellten bekamen 26 Dollar, im Monat wohlgemerkt. In der Fahrzeughalle findet sich neben Dieselloks und Personenwagen auch die Lok 1009, Baujahr 1912. Eine der beiden einzigen Dampfloks in der Provinz New Brunswick. Dieser Waggon wurde 1914 als Erste-Klasse-Wagen gebaut. Jetzt ist er 100 Jahre alt. Man sitzt seinen Freunden gegenüber. Wenn man von ihnen genug hat, kann man die Rückenlehne einfach umklappen und Tschüss sagen. Auch wir sagen Goodbye. Es ist jetzt kurz vor zwei Uhr nachmittags und Zeit, sich auf ein Naturereignis vorzubereiten. Nur so viel sei verraten. Der eine oder andere wird demnächst ziemlich schmutzige Füße bekommen. Okay, für die Türs, leften Seite. In Moncton steigen wir aus. Für unser Gepäck wird gesorgt. Dann geht's ans Meer. Zu den Felsen von Hopewell Rocks. Die Hopewell Rocks, wegen ihrer Form auch Flowerpot Rocks genannt, Blumentopffelsen, sind bei Ebbe von Unlängen von Seetang umgeben und von zahlreichen Besuchern. Die Leute wollen die gigantischen Gezeiten ansteigen oder fallen sehen. Und die Felsen, die von Ebbe und Flut ständig geformt werden. Außerdem machen wir bei uns einige sehr schöne Zugvögel-Stationen. Und wir haben auch so sehr schöne schöne Böcke, die hier jeden Sommer hier kommen. Migratore Böcke. Das ist das meistfotografierte Motiv in der Provinz, der Bogen der Verliebten. Manche glauben dort zwei Gesichter zu erkennen, die sich küssen. Ich persönlich sehe das nicht. Ebbe und Flut bieten hier ein besonders beeindruckendes Schauspiel. Vormittags kann man noch trockenen Fußes am Strand entlang spazieren. Nachmittags steht dort das Wasser Meter hoch. Die Flut schleicht sich ganz langsam an. Dann steigt sie höher und höher. Bis zu 14 Meter kann der Tidenhub betragen. Zwei Aufpasser achten darauf, dass alle Besucher rechtzeitig zur Treppe zurückfinden. Und am Nachmittag besucht dann mancher Gast die Felsentore im Kanu. Mittlerweile durchfährt unser Zug die Marschlandschaft im Grenzgebiet von New Brunswick und Nova Scotia. Die Ocean verbindet nicht nur die kanadischen Provinzen miteinander. Manche Reisende. Die Gäste nehmen den Zug, weil das wahrscheinlich die geselligste Form des Reisens ist. Menschen, die hierher kommen, finden Freunde fürs Leben. Auch ich erhalte Einladungen, um meine Freunde in ihrem Heimatland zu besuchen. Im Panorama oder in den Barwagen lassen sich die neuen Freundschaften bestens pflegen. Kurz vor unserer Endstation bekommen wir interessante Informationen. Auf Deutsch. Neben dem Bahnhof Halifax gibt es einen Platz, was heißt Pier 21, Pier 21. Das ist neben dem Bahnhof. Und das ist dasselbe wie Alice Island in den USA, New York ist, wo die Leute von Europa sind gekommen mit dem Schiff. Heute ist Pier 21 das Kanadische Immigrationsmuseum. Eine Pädagogin in Uniform spielt dort mit Schulklassen die Einwanderungsformalitäten der 1950er Jahre nach. Einwanderung ist für Kanada absolut bedeutend. Das moderne Kanada ist stark durch Schlüsselereignisse wie Kolonisierung und Besiedlung geprägt. Die Einflüsse durch Immigranten auf ein modernes Einwanderungsland und dessen Kultur sind tiefgreifend. So hatten zum Beispiel im Jahr 2006 in Kanada mehr als drei Millionen Menschen nach eigenen Angaben Deutschkenntnisse. Fast 500.000 sprechen Deutsch. So etwas ist ein wichtiger Faktor für ein Land. Hoffnungen und Träume auf ein besseres Leben jenseits des Atlantiks. Davon zeugen die Ausstellungsstücke, gespendet von Bürgern, die seinerzeit über den Pier 21 ins Land gekommen sind. Zwischen 1928 und 1971 sind eine Million Menschen nach Kanada eingereist und durch den Pier 21 geschleust worden. Ein interessanter Aspekt der Einwanderung in Kanada zu Beginn des 20. Jahrhunderts ist die Rolle der Eisenbahnen. Die Canadian National und die Canadian Pacific sind bekannte Eisenbahngesellschaften, aber sie unterhielten auch Schiffe. Im Zusammenhang mit der Einwanderung agierten sie auch als Anwerber. Sie operierten vom Anfang bis zum Ende der Reise. Die Einwanderer wurden von den Büros angeworben, sogar verheiratet. Sie wurden mit den Möglichkeiten in Kanada vertraut gemacht und bei den Einreiseformalitäten unterstützt. Dann ging es auf den Schiffen, über den Ozean und in Kanada weiter mit Eisenbahnzügen in die Siedlungsgebiete oder zu den Arbeitsstätten auf dem Land. Die letzten der 1346 Kilometer fährt der Ocean am riesigen Containerhafen entlang. Halifax ist der wichtigste kanadische Hafen am Atlantik. 18.38 Uhr. Ankunft in der Provinzhauptstadt von Nova Scotia, der ältesten britischen Ansiedlung auf dem kanadischen Festland, gegründet 1749. Bekannteste Sehenswürdigkeiten sind die sternförmige Zitadelle im Stadtzentrum und das Geschenk eines britischen Offiziers von 1802, der Urturm. Angeblich wollte der Gentleman die Einwohner zur Pünktlichkeit erziehen. 1917 explodierte im Hafen von Halifax ein französisches Munitionsschiff. Über 2000 Tote waren zu beklagen, 9000 Verletzte und eine zu weiten Teilen zerstörte Stadt. Eine weitere Katastrophe ereignete sich zwar 1210 Meilen südöstlich, betraf aber dennoch die Stadt. Der Untergang der Titanic. 150 Opfer wurden damals in Halifax bestattet. Ihre Gräber sind heute eine Touristenattraktion. Von Halifax aus ist es eine Autostunde zu Peggys Cove, einem Bilderbuchfischerdorf an der Atlantikküste. Hier steht eines der Wahrzeichen Kanadas. Der Leuchtturm Peggys Point ist Endpunkt unserer Reise. Auch er hatte schon die Ehre, auf dem kanadischen Dollar geprägt zu sein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017